Tja, diese beiden wollen den Titel im Leichtgewicht. Und da geht es ja schon los. Was war das für ein Fight zuletzt? Da stand so viel auf dem Spiel. Es ging um den Titel, aber daran erkennst du eben ganz groß. Da hat er einen überzeugenden Sieg durch technischen K.O. eingefallen. Ah, der geht daneben. Ja, gelungener Hälfte. Der war knapp. Starker Versuch mit dem Kick. Ja, ja, der Kick steckt ja nicht so leicht weg. Und damit ist dieser Kampf geendet. Er war in diesem Kampf von der ersten Sekunde an voll da und das hat sich richtig ausgezahlt. Er hat seinen Gegner kalt erwischt und gleich auf die Bretter geschickt. Sehen wir uns mal unsere Wiederholung des Kampfes an. Da ist der Kick wunderbar gemacht, holt sich den Niederschlag. In dieser Einstellung sieht man, wie heftig dieser Kick war. Da ist die Freude groß beim Sieger in diesem heutigen Titelfight im Leichtgewicht. Er hat hier einen schönen K.O.-Sieg geholt. Ladies and gentlemen, Referee Yves Leving has called a stop to this contest at one minute, three seconds in the very first round. Deploying the winner by knockout and still, Er hat es geschafft. Er hat seinen Titel verteidigt. Eine tolle Leistung. Gegen diesen Gegner war das keine leichte Aufgabe. Aber er hat sich am Ende dann doch durchgesetzt. Er hat gezeigt, an mir führt so schnell in dieser Division kein Weg vorbei. Da können wir ihm wirklich nur gratulieren. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der Verdammlung im Auftrag des ZDF Jetzt Yo Ich wurde auswärts, nicht electro Xchrofi, J membran� Linkedinthree In dem ganzen Club, welchem jeder spilte, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020